Lass dich erst mal da, weil hier sind drei, vier Leute in der Mitte. Ich guck dir erst mal zu, ich guck dir erst mal zu. Nein, ich misch mich einfach ein. Los hier, zack, 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 zack. Erster Tod. Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Gründer Minecraft Survival Games auf dem Minecraft-Server mit dem lieben Maze, hallo. Maze, haze. Jawohl, ich hab endlich... Oh, ich hab richtig dickes Geh, wir können am Anfang stehen bleiben, ich werd hier alles vernichten. Ich werd wieder versuchen, auf den Turm raufzukommen. Okay. Aber ich werd hier schon angegriffen. Ich mach hier, ich greif einfach irgendjemand an. Gott, irgendjemand haut mich hier. Oh Gott, hier hat einer ein Eisen. Oh Gott, hier hat einer ein Eisenschwert sogar schon. Ich hab ihn getötet. Am Wasserfall ist einer mit einem Goldschwert, der hat auch schon gut kassiert. Okay. Ach Gott, ich hab selber gut kassiert. Ach, ich schaff die noch zu töten. Ich hab nur noch zwei Herzen. Ich muss das langsam machen. Ja. Ich hab einen Bogen, ich hab alles da, aber... Hast du Bogen und Pfeile? Nee, leider keine Pfeile, aber ich kann trotzdem versuchen abzuwarten. Da kommen ganz viele runter. Ich würde die ins... Ja, weil einer fällt automatisch drunter. Na komm. Jetzt habt ihr alle zusammen gespielt. Der zerteile ich mich. Kann mir hier nochmal... Der muss runter, der muss runter springen. Okay. Der kommt da nicht mehr weg. Jetzt schüppst du ihn gleich einer runter von oben. Oh, er ist runtergefahren. Er ist nicht so stark wie den gewesen. Jeder, der jetzt hier runter springt, wird sterben. Oh, der ist ins Wasser. Oh, nice one, nice one. Ich kann jetzt hier... Ach, der letzte ist noch im... Kommt grad runter, ist jetzt unten. Die haben zu dritt zusammen gespielt. Sonst würde der nicht dieses Amok... Ja, Knochen hat er dir... Die haben zu dritt zusammen gespielt. Oh man, ich richtig dickes G jetzt für dich gehabt, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ein Diamant hab ich. Bisschen essen, bisschen trinken. Wie man in der Sieg sagen würde. Ein Settling, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das ist blöd. Wie bist du denn gestammt? Ich hab das nicht ganz... Von den drei. Ach. Die haben dich... Der hatte einen an Goldschwert. Der hat mich gleich gehorn am Anfang. Und dann... Bin ich auch nicht mehr weggekommen. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Gott. Oh, den hab ich, den hab ich, den hab ich. Den hab ich gut erwischt. Da bringt noch sein Bonus-Hund nix. Dieser Hund, der ist so OP am Anfang. Aber der bringt dem ja auch nix. Der hat mir auch wieder ein neues Gear gebracht. Sehr schön. Und der hat mir einen Stick gebracht. Das heißt, ich downe noch ein Diamant. Und dann könnte ich mir schon was Nettes craften. Bogen haben wir auch. Ja. Aber keine Pfeile. Aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Hier warte ich schon. Hier warte ich schon. Ich geh wieder in die Mitte. Ich möchte in der Mitte. Ich wette, in der Mitte finde ich noch was Geiles. Ich hab genug Essen. Ich hab genug... Äh... Rüstung. Um Leute zueinander zu nehmen. Ne, hier geht's in die Mitte. Das hat sich jetzt ein bisschen blöd, dass Matze gleich von Anfang an gestorben ist. Normalerweise würde ich die Aufnahme abbrechen und gleich wieder eine neue anfangen. Aber, ähm... Da wir doch schon sechs Leute gekillt haben, ist es gar nicht mal so schlecht. Einer versucht gerade den Wasserfall hochzugehen. Okay. Er ist schon oben und will jetzt auf den Turm, glaube ich, gleich. Da vorne ist er. Die sind der Weißrei. Okay. Ich gehe nochmal die Musik vorbei, ist nein. Aber war das nicht dieses... Versuche ihn mal, wenn er auf dem Weg ist, runterzuschießen. Ich hab leider nichts zum Schießen, das ist das Problem. Ich geh einfach und überhole den. Ich überhole den einfach. Ich frag mich mal, was die hier für Wege nach oben bauen. Mega gefährlich. Ach, das ist schon drüben, hat ein Goldschwert, wie ich sehe. 9, 9, 9, 9, 9, 9, oh, oh, okay, das war nicht schlau, okay, dann warte einfach unten, bis er runterkommt, würde ich sagen, er sucht nach dir, der weiße Hei lauert im Abgrund, oh, 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 ich habe nicht so viel Leben, aber ich habe den Trisschen geholt, da habe ich irgendwas aus Eisen, glaube ich, gesehen, jawohl, auch eine Kettebrust, aber besser eine Kettebrust als gar nichts, die Angeln können wir wegwerfen, das können wir wegwerfen, die guten Sachen behalten wir nicht, dass sie jemand anders aufhebt, wäre ja auch schlimm, so, dann brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht, brauchen wir auch nicht, äh, ja, soweit, einen Apfel haben wir, hätten wir jetzt genug Gold, könnten wir uns einen goldenen Apfel craften, haben wir aber leider nicht, mal da den Loothaufen, jetzt überlegen wir mal, wo könnte noch ein Spieler sein, ähm, die Supply Crate war noch nicht, ne, ich habe es nicht mitbekommen, falls die schon wäre, doch, da vorne ist die, wir gehen mal zur Supply Crate, schauen, was die so bietet, er ist natürlich noch so ein lecker Stick, ich habe richtig gute Sachen, wenn man am Anfang, viele Leute am Leben, oh, oh, ich glaube, die Looten gerade die Supply Crate, da oben, oder im Haus, ich glaube, im Haus, im Haus, ja, oh mein, ja, super, zweimal Hosen, ich habe drei Eisenhosen, musst du dir vorstellen, drei Eisenhosen habe ich, ich könnte drei Leute hier, äh, äh, equippen, ich habe nämlich schon wieder, wenn noch drei Leute am Leben wären, guck mal, da oben, habe ich noch eine Kiste gesehen, da ist noch ein bisschen Essen drin, es leben noch neun Leute, da ist einer, der hat uns, glaube ich, gesehen, der hat uns gesehen, ja, ich habe natürlich sofort weg, aber, der weiße Hai, der hat, der hat, die Spur gewittert, dieser Pfeil ist neu, ich meine, vorher war da nie ein Pfeil, aber der wird langsamer, der wird langsamer, der wird langsamer, der wird langsamer, und jetzt geht's los, oh, der hat uns gut geholt, aber jetzt haben wir den, jetzt haben wir den, na, 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 komm, 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 nein, nicht zum Schnee, jawoll, so, jetzt schmeißen wir die ganzen Sachen weg, die wir nicht brauchen, das sind die ganzen Ledersachen, und die, hat Sachen, die brauchen wir auch nicht, die kann auch kein andere aufsammeln, weil der Schnee gleich einfach alles hier kaputt machen wird, beziehungsweise in sich begraben wird, deswegen, zack, alles runter, oh, wir haben ja richtig viel Brot bekommen, Eisenhosen können wir auch reinschmeißen, wird auch keiner mehr aufsammeln, Eisenschwert kann, äh, Steinschwert kann auch den, kann ganz viel essen, ne, jetzt möchte ich kurz gucken, dass das hier keiner aufsammelt, aber das wird nicht, das ist zu gefährlich, das noch aufzusammeln, wenn, dann ist er auf jeden Fall gut gegiert, naja, wir gehen wieder in die Mitte, es leben noch sieben Leute, wir haben schon acht gekillt, einer ist unter uns, oh, wenn ich ihn aus der Höhe schaffe, zu hitten, ist so ein Wasser, ne, ja, boah, ich weiß nicht, ob das alles, äh, Headshot Damage zählt, Zack, jetzt fragt er sich, ah, das war ein X-Man, der hat noch versucht, die abzuwerfen, aber, hat verfehlt, ich glaub, das war so seine, letzte Chance noch, irgendwie versuchen, so die abzuwerfen, und, damit einen zu treffen, so, jetzt haben wir einen neuen Kopf bekommen, jetzt sind wir richtig gut gegiert, also, fehlt echt nur noch, ein Diamant, oder auch 100 Diamanten, dass wir uns, eine ganze Idee, da ist noch einer, im Wasser gewesen gerade, okay, lass dich erstmal da, weil hier sind drei, vier Leute in der Mitte, ich guck den erstmal zu, ich guck den erstmal zu, nein, ich misch mich einfach ein, los, hier, zack, 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 erster tot, zweiter tot, komm, komm, au, der hat mich, erstmal den, den, erstmal den hier, der ist, na, komm, der ist tot, ich heil mich, aber in erster Zeit wieder voll, und da, tschüch, zwölf Leute getötet, jetzt gucken wir, immer noch kein zweites Diamant, äh, den einen Typen da, hast du schon gesehen, oder, wen, da steht noch einer auf dem Baum, auf dem Baum, ja, direkt hinter dir, da oben, nö, ach da, okay, jetzt sehe ich den, habe ich echt nicht gesehen, er hat sich da ein bisschen geheim versteckt, so, das brauchen wir nicht, das schmeißen wir weg, der schmeißt wir auch weg, und auch, da haben wir sogar noch, eine zweite Pilze, kommt gerade auf dich zu, ne, das ist aber, was will der denn machen, will mir, ach, der will mir einen Helm geben, nicht, einen Diamantenhelm, wenn ich das richtig sehe, war das wirklich ein Diamantenhelm, was der hatte, ich bin hier unsicher, ob das wirklich ein Diamantenhelm, aber hör mal, wir haben jetzt so viel Bier, der Match wurde aktiviert, er ist, er seid eh nur noch zu zweit, okay, und der, ach ne, der hat eh gerade wieder auf, weil der kann nicht, ich komme also, ich habe 13 Leute gekillt, da werde ich auch einen 14. töten, guck mal, was der so an Bier hat, ich werde jetzt eh nur noch hier warten, okay, er hat nichts, der ist ein Gold, okay, aber der hat einen Buff, ich glaube, der hat, entweder ist er vergiftet, oder hat einen goldenen Apfel gegessen, okay, jetzt sieht man das, wenn er einen goldenen Apfel isst, du hast auch diese, diese Aura, die du hast, wenn du zum Beispiel, einen Buff hast, oder halt vergiftet bist, ich glaube, es war eher vergiftet, weil, das hat schon wieder aufgehört, okay, vielleicht hat der noch gegen einen gekämpft, aber das ist aber auf jeden Fall, eine ordentliche Multikill-Runde, 13 Kills, von wieviel, gesamt 24 Leuten, aber der hat keine vernünftige Waffe, glaube ich, ja, wo ist er, hallo, ah, da hinten ist er, der wird jetzt wahrscheinlich einer der Loot, Haufen looten, die ich da eben gemacht habe, und ich würde einfach voll auf den gehen, und zack, und zack, na, ich treff nix, was ist denn los hier, okay, dann machen wir so, ach, der hat ein Holzschwert, mh, okay, dann pass auf, BATS, hehehe, hehehe, nochmal getötet, ja, C4, leider, C4, leider, habe ich hier alle Items geklaut, aber, wieviel, 14 Leute getötet, von 24, wieviel, fast 60%, ich sag mal, die Runde war perfekt, danke, dass ihr zugesehen habt, danke an Matzo, als du das mitgespielt hast, auch wenn du leider so schnell getötet worden bist, hab ich dich ein bisschen schlecht beschützt, aber, nächstes Mal wird es sicher besser, ciao, hehehe, jo Leute, ich hoffe, die Minecraft-Folge hat euch gefallen, waren sehr viele Kills dabei, hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ja, hier oben seht ihr jetzt die letzte DayZ-Folge aus dem Livestream, eine mega geile Folge, Operation Skyfall, und unten ist die letzte Minecraft-Survival-Games-Folge mit der lieben She-Ra, schaut doch vorbei, bewertet diesen Part, und ja, bis zum nächsten Mal.